Hallo Vogue Germany, ich bin Clara Bühl und spiele für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft. Am Fußball begeistert mich am meisten die Leidenschaft, die Emotionen und Tore sowie Siege mit meinen Mädels auf dem Platz zu feiern. Vor allem in den englischen Wochen ist die größte Herausforderung Zeit für sich zu finden und natürlich auch die Zeit mit der Familie und mit Freunden. Für die Zukunft des Frauenfußballs ist sehr wichtig, dass wir Anerkennung und vor allem Sichtbarkeit bekommen, da viele Menschen von Ereignissen oder Spielen nichts wissen und deswegen uns leider auch nicht unterstützen können.